Jo! Willkommen zurück zu einer Runde Evolve mit dem Carscrafter. Hallo! Nach der letzten Runde, die ein bisschen straight war, weil wir nur so ein bisschen dekoriert hier haben, da sind ein paar Rohre, die hier rausgekommen sind, machen wir heute was Produktives und zwar müssen hier Sansberries aus meinem System produktiv raus ausgeschieden werden. Ah, das sieht komisch an. Genau, also ich hab 30.000, deswegen wir brauchen Autonomous Activator, wir machen jetzt was richtig geiles. Heiko, hör auf! Nee, wir machen was richtig geiles. Dann brauche ich doch schon. Ja, was brauche ich denn für die Autonomous? Ah, die Tin Gears. Autonomous. Tin Gears. Aber für neun Stück, wie viel brauchen wir da? Neun, brauchen wir 18 Räder. Das ist praktisch eine mechanische Hand. Genau, die immer drückt. Mhm. Also es gibt ja auch für diverse andere Körperregionen mechanische Geräte. Habe ich mal gesehen. Hä? Was denn? Ehrlich jetzt? Was? Hier? Oder meinst du jetzt woanders? Ne, woanders. Brauche ich ja echt farbiges Glas für diese scheiß Dinger? Für die Autonomous Dinger? Ja. Für den Pneumatic Servo meine ich. Nein, nein. Da geht jedes Glas. Ach ja, Clear Glas geht auch. Okay. Ah, ich habe keine Glase mehr. Sand. Leute, er hat einfach Sand. Weißt du? Nicht mehr, ich hab Sand. Aber ich hab nicht so viel Sand. Ja, in Deep Dark ist kein Sand, ne? Ne. Scheiße, ne? Ne, Sand. Ich hab sogar roten Sand. Oh, muss aufhängen. So, warte. Autonomous Activator. Oh, warte. Hier oben hab ich noch Glas. Autonomous Activator. Da brauche ich auch, ne, 18, neun Stück brauche ich davon, ne? Ja, ist egal wie viele. Also. Ja. Ja. Nein, ist nicht egal, will er einen neuen Namen. Okay, dann ist es nicht egal, tut mir leid. Okay, äh, was brauche ich da noch? Dieses, äh, Chest-Sport dafür noch. Chest? Chest. Wo du hast jetzt voll das komische Geräusch im Mikro? Das kann sein, weil ich gerade dagegen gekommen bin, tut mir leid. Ach, bist du ja eingenickt. Ne. Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Voll interessant. Oh, ich hab keinen Redsom mehr. Kannst du Redsom mal nachlegen? Das ist hinten in der Truhe. 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 Nein, nicht hinter mir in der Truhe. Hinter dir in der Truhe. Hinter mir in der Truhe. So, wir brauchen noch einen Obelisk. Oh, wo muss das hin? Ins MSC? Ja, bitte. Okay, ist drin. Der Obelisk speichert quasi die Level. Ja. Richtig gut, wenn ich ehrlich bin. Finde ich... Oh Mist, ich brauche so einen roten Barren. Was ist das denn? Energetic Alloy, Redstone, Gold und Glowstone. Das? Glowstone? Ja, was brauchst du denn? Achso, ich bin der Obelisk. Ja, genau, Redstone. Kannst du schon mal Kabelleiten verlegen? Ja, klar. Aber hier ist kein Redstone drin? Doch. Nein. Doch, Redstone und Redstone-Blöcke. Echt? Ja. Äh. Äh. Äh, Block. Block. Hä? MME-system ist nix. Doch. 27 Redstone und 10 Blöcke. Ach jetzt? LOL. Dumm Nüsse. Krass, Alter, ey. Behindert. Wo ist denn die in Kabel von meinem E-System? Behindert. Äh, in der Kuhfarm an der Ecke. An der Ecke. An der Ecke zusammen. Ich brauche Gold. Wir bauen jetzt ganz viele Blöcke zusammen. Warte mal ganz kurz. Äh, ja. Ich find hier nichts. Findest du nicht? Ne. Findest du nix oder was? Ne. Warte, ich komm mal eben. Okay. Wolle ich jetzt ganz gerne in den einen Raum. Den habe ich den Heiko schon mal gezeigt. Äh, da. Wo ist hier was? Hier. Hier. Hier, aber das ist doch kein ME-Kabel. Ach, ME-Kabel. Stimmt. Oh mein Gott. Warte. Muss da ein ME-Kabel? Ja klar, muss das. Obwohl, kann ich nicht. Kann ich? Doch, kann ich auch, ne? Wir können auch hinten eine Truhe anschließen. Und das dann da rausziehen lassen. Genau. Können wir auch. Okay, du hast ne Aufgabe. Jawohl. Warte mal ganz kurz, ähm. Energetic Alloy. Da haben wir ihn. Oh. Erst dann. Dann können wir den Obelisken bauen. Experience Objelisk. Hier. Hä? Hast du irgendwas gebaut? Ach so, du machst grad die Truhe. Wo kommt das KPI an? Hier unten irgendwo, ne? Die Items? Ja, ich glaub schon. Also die kommen da direkt an der Farm raus, wenn du so möchtest. Ah, hier Item? Ah, hier an dieser Diamanten Küste. Oh ja, so sehr. Genau so sieht's aus. Oh ja, das ist richtig. Also die Dinger, die klicken im Grunde nur. Und, ähm. Die klicken dann quasi immer diesen Essenceberry an. Und lösen ihn dann quasi in XP auf. Und dieser Obelisk, der kann die halt speichern. Mhm. Aber nur in flüssiger Form. Ah. Deswegen müssen wir da quasi noch was vormachen. Und zwar nen... Hä, wo ist das denn jetzt hier? Ah lol, das hat genau hier runtergefallen. Hab ich nicht meine... Wow. Hä? Ah lol. Was denn? Ich hab meine Ranch verloren. Ach, deswegen hab ich zwei. Hast du? Ja, stimmt. Ich hab echt zwei. Lol. Hallo. So. Brauchst du ne Ranch? Oh, ich hab's geschafft. Ja, bitte. Warte, ich guck mal runter, weil da ist ja auch was. Dann verbräst du das ganze. Hä? Wo bist du? Über dir. Ach lol, jetzt bist du oben oder was? Ach da. Hier ist mein zweiter. Ich hab irgendwie zwei. Ich weiß nicht warum. Oh krass. Meine zweit? Ja, meine zweit hast du jetzt quasi. Ähm, Vakuumhopper brauchen wir noch. Always active. Oh nein, jetzt drückt ja das ja da rein, oder? Der drückt halt richtig da rein. Alter. Oder? Ich brauch deine Hopper. Ich kann den Filter einstellen. Und da brauch ich nur ne Chest für. Ne, kann ich gar nicht. Oh. I'm the eye of the ender. Äh, lol, warum ist da kein Hopper drin? Achso, ich habe nur kein Hopper gebaut. Aber ich kann auch hier auf... Was suchst du? Ne, das ist doof gelöst. So, doch Ender-Kabel, äh, ME-Kabel rüberlegen? Ja. Okay. Weil sonst legt er das immer wieder in die eine Kiste hier rein, bei denen dann die ganzen Items ankommen. Das ist aber ärgerlich. Ja, stimmt. Ender. Warte, Fluid-Konduits. Fluid-Konduits. Oh, oh. Katze! Ich habe wieder Herzrasen. Ich habe Taumaria und Nightwish, obwohl Nightwish ist normal. Warte mal ganz kurz. Ich brauche einen davon, einen davon, den Hopper. Voll, voll insetzt. Oh nein, ich habe Nightwish. Nightwish. Krass, Mann. Dieses böses Spiel. Kann ich den echt auf dem Boden stehen lassen? Ist ja schon ein bisschen schmutzig, oder? Ja, wolltest du da irgendwas runter bauen noch? Irgendwie ein Podest? Na klar. Hallo? Das ist ein Heidigtum. Ein Pedestral könnte ich bauen. Krass, hier sind 2700 Level drin, Peter. So schnell ging das. Wartest du denn, wenn man den abbaut, ist das dann weg? Ne, ich glaube nicht. Es wird gespeichert. Können wir mal gucken? Ja, klar. Können wir deinen zusammen abbauen und gucken, ob das geht? Ne. Ach ne, da hat er wieder Angst. Oh ne, lieber nicht. Oh, ich sehe gerade. Ich habe da gar keinen... Da muss noch ein Teleporter hin auf jeden Fall in die Ecke. Pedestral. Achso, baust du dich gerade unten durch? Warum ist das so ewig lang? Warum brauchst du immer so Riesenhäuser? Weiß ich nicht. Ich baue immer so Riesenhäuser. Und diese meiste war zu groß. Ich baue. So sieht es nämlich aus hier, meine Freunde. Oh yeah, da kommt jetzt hier quasi der Output dran. Ist doch einfach dieser blaue Anschluss, der da dran hängt? What? Ich komme mal kurz rüber gefliegt. Hallo. Extract. Ja, genau. Und... Oh ja, so ist das richtig geil. Aber da muss ein bisschen weiter weg gehen, glaube ich. Und du musst hier noch auf, dass die Items hinten akzeptieren. Oh ja, und das muss ein Blockabstand haben. Ja, wollte ich gerade sagen. Bam! 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 Bam, 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 bam! Hör, sind die alle weg? Die sind alle in nem Hopper drin. Ach, boah, wollte ich schon sagen. Boah, krasser Hopper, ey. Manikür, ne? Waren die coolen Geräusche in dem Feld? Ja, da ist, glaube ich, die Kuh-Polizei gerade aktiv. Der Team left the game. Er hat, glaube ich, eben eine Folge aufgenommen. Guckt mal bei ihm auf dem Kanal, wenn ihr die Folge sehen wollt. Dann könnt ihr schreiben, ich habe gesehen, wie du die Folge aufgenommen hast. Bei Peter. Bei Peter. Also, was muss da hinten rein? Da muss auf jeden Fall erstmal drauf. Input ist blau. Oder was? Ja, genau. Input ist blau, ja. Okay. Input ist blau. Hört sich auch ein bisschen anders an hier, ne? Wenn man da drin rumklickt. Also, weil es ein Geräusch hat, kennen die ja noch gar nicht so, ne? Also, ihr habt schon viel gehört, aber das ist quasi neu. Okay. So, ich brauche jetzt Versades. Versades. Ah, ich habe sogar noch Leere. Das ist ja ausgezeichnet. Und dann nehmen wir natürlich Stone Bricks. Was? Ich glaube, die Kabel reichen nicht. Die reichen, sagst du? Nicht. Reichen? Okay, cool. Ich bin nur das, was ich hören will. Miau. Bam, da haben wir schon mal einen Conduit. Ich glaube, die Kabel reichen nicht. Was brauche ich denn da? Brauche ich da neue Kabel? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Obwohl, vielleicht reichen die. 24 Stück habe ich jetzt nicht mehr gemacht. 24? Hm. Warum hört man die Kühe überhaupt? Da ist da so ein Soundmuffler dran oder ist er wieder verbuggt? Nein, der Soundmuffler geht nicht für Kühe. Was denkst du, warum da eine Kuh drauf ist? Ach so, weil das nicht dafür geht, ne? Stimmt, da war mal was. Das war schon ganz schön knapp, ey. Oh, warte. Ich baue das mal ein bisschen offener hier, damit das irgendwie sexy aussieht. Oh, lol. Der Hopper sieht echt alles an, ne? Ich dachte schon, warum fliegen denn hier meine ganzen Steine rum, ey? Alle? Brauchst du noch Kabel? Ja, ich mach nochmal welche. Ah, wir brauchen ja auch ein Bussystem noch, ne? Ja, stimmt. Und dann geht das mit den Channeln wieder los. Au. Dann hätte ich vielleicht nicht unbedingt einen neuen Channel machen sollen, ne? Ich habe einen neuen Dinger hier dran. Ja, das müssen wir mal gucken, ob das irgendwie das geht. Ach so. Gucken wir mal, wie es so geht. Kannst du Glas mitbringen, ein Leuchteglas? Ist das Leuchteglas? Da müsste ich, glaube ich, einen von haben oder so. Vielleicht auch zwei. Ne, hast du nicht. Habe ich gar keinen mehr. Na doch, Vibrant Glas meinst du? Äh, ne. Glastanglas hast du nicht. Äh, nein. Dann, dann, dann. Cool, dann mal nach. Du musst ja auf jeden Fall rein. Dann wird ja so eine zue Kammer, so halbwegs zu zumindest. Ich möchte ja ein bisschen offen haben. Mal kurz Kabel holen. Kabel, hast du nur Kabel bei dir? Ja, ich glaube schon. Aber müssen wir eh die dickeren Kabel nehmen? Oder einen ME-Controller noch davor setzen, dann wegen den Channels? Ähm, man darf keine zwei ME-Controller haben. Wer sagt das denn? Das habe ich jetzt rausgefunden. Weil ich dachte so, boah, ich bin voll schlau. Ich mache einfach voll wieder so Controller hinten, dann geht das voll ab. Aber geht gar nicht voll ab. Also muss im Grunde der Controller in der Mitte und von dem Controller an muss er halt diese 32er Kabel, das da überall hin braten, ne? Ich glaube schon. Ah, I see. Das brauche ich. Doch, hier ist doch Enlightened Clear Glass. Aber das habe ich nicht gecheckt, das ist. Das ist, tut mir leid. Oh, man ey. Close down. Oh, ich habe nicht mehr viel Gloss und ich kann. Aber damit kann ich zumindest... Oh nein, jetzt habe ich wieder richtig viel Hunger hier bekommen. Und natürlichen Hunger? Oh ja, ich glaube schon. Oh. Oh. Oh, ich habe ja Pipi gemacht. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, da auch. Das ist echt nicht. Ich mache immer überall Pipi. Ey, wie cool das aussieht. Was denn? Warte, ich mache das mal kurz bei dir. Ähm. Oh ne, ich habe Pipi gemacht. Nein, das meine ich nicht. Aber du findest cool, wenn ich hier Pipi mache? Ja. Oh, okay. So ein heißer Heiko. Also, wenn ihr Interesse habt... Wenn ihr wissen wollt, wie man Pipi macht, Tutorial auf meinem Kanal. Pipi macht Tutorial. Kommt sehr gut an. Ist gefolgt von dem Pipi AA Tutorial. Oh, die Katze. Das war ganz so ein richtiges Sound-Stereo-Geräusch. Von The Cat oder was? Von The Cat. Komm mal kurz zu deinem Vibrations-Chamber. Chamber, Chamber. Okay, warte. Gut. Jetzt guck mal. Guck mal diese Kettenreaktion gleich an, ja? Das ist wie eine Atomexplosion. Gehen wir es mal weiter weg. Guck jetzt. Noll. Ja. Geht nicht schnell. Ähm. Achso, jetzt muss ich hier wieder zu mir. Wolltest du die Kristalle mitnehmen? Ich habe noch welche von dir. Gross ey. Ich brauche mir einfach meine Kristalle. Da sind sie alle. Warte, welche Channel brauchst du denn jetzt? Ähm. Export Bus. Export. Und. Äh. Du bräuchtest noch solche Karten. Also solche Acceleration Cards, damit es schneller geht. Export Bus. Export. Da haben wir den. Hä? Das brauche ich leider. Ja. Ja, ich glaube der Autonomous Activator klickt schneller als der normale exportiert. Oh mein Gott. Holy Sheet. Ich brauche Fluix. Äh. Hast du noch welche von diesen Fluix Crystals? Habe ich gerade meine Immersion? Ich warte. Fluix Crystals. zusammen. Impresset man. Aber ich glaube das ist ein Projekt, was man in zwei Folgen zeigen kann. Weil wenn wir jetzt hier weitermachen würden, wird die Folge wahrscheinlich 40 Minuten dauern oder noch länger. Deswegen würde ich sagen, wir machen den nächsten Part quasi den Ausstoß von den Dingern fertig. Weil so sieht es jetzt zumindest aus, dass man das Zeug sammeln kann. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein. Tschüss. Tschüss.